Die Ernährung ist eine wichtige Frage für die Gesundheit der Bevölkerung. Wir sehen viele Erkrankungen, die im Zusammenhang mit dem, dass wir nicht gesund essen oder zu wenig Sport haben. Das heisst Übergewicht, Diabetes und die Gesundheit der Walliserinnen und Walliser. Das heisst Übergewicht, Diabetes und die Gesundheit der Walliserinnen und Walliserinnen und Walliserinnen und Walliserinnen. Das heisst Übergewicht, Diabetes und Walliserinnen und Walliserinnen und Walliserinnen und Walliserinnen und Walliserinnen.